Untertitelung im Auftrag des ZDF 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 Wir haben Kontakt. Henry, du musst wieder warten. Nein! Papa, du musst warten. Ja, aber es ist schräg. Er hat noch gesperrt über das andere. Was? Halt doch an die Seite des Pixels. Was war das? Was ist davon gerade von da runtergefallen? Was ist davon gerade von da runtergefallen? Keine Ahnung. Mal Ahnung. Wir haben gerade gesehen, dass es möglich ist. Ich glaube, das ist eine Exo oder so. Also als Quelle für Togo Drive Ich habe hier einen Freizeitpark geschickt. Der steht auch zu Humboldt. Mach jetzt. Meiner steht auch in der Presse. Ich habe damals gestanden. Hier hat es einen kleinen Busch. Das ist eine letzte Perleur. Ich habe die Erật, die im Meer herrschliessen, in der Insel-Mümee einer auch in der Inselschte. Der heyere, die Insel-Mümee. Ich habe dann eine Art Blätter nachgedacht. Aber die Waffe, die in der Insel-Mümee. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. 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 Vielen Dank.